So, willkommen zum 8. Dezembertürchen. Heute gibt es die Diamond Cool & Hot und die Poison. Viel Spaß! Die ging aber gar nicht. Ach, ich flog. Und direkt. Cool & Hot. Ich fang mal wieder. Ich fang mal wieder. Ich fang mal wieder. Hey. Ja, was sagt ihr dazu? Die kann man sich doch gönnen. Ja, unterwechselbar für den Preis. Hoffentlich gibt es in Zukunft noch und Tschüss.